Robert Gernhardt Vom Kindlein, das ein Hochhaus betrat Ein Kindlein betrat einst ein Hochhaus. Da fuhr es mit dem Fahrstuhl in das zehnte Stockwerk. Dort sah es einen Direktor sitzen, der hatte feuerrotes Haar. Da fasste sich ein Herz, trat auf den Direktor zu und haute ihn mit aller Kraft auf die Nase. Dann fuhr es noch zehn Stockwerke höher. Da sah es einen Generaldirektor sitzen, der hatte einen spinatgrünen Bart. Da dachte es bei sich, Bange machen gilt nicht, trat vor ihn hin und biss ihm ins Schienbein. Dann fuhr es abermals zehn Stockwerke höher, da sah es den lieben Gott sitzen. Der hatte Augen so groß wie Wagenräder, die waren schwefelgelb. Da nahm es all seinen Mut zusammen, trat vor ihn hin und fragte, Hauen oder beißen? Wie bitte? fragte der liebe Gott. Da haute das Kind ihn in den Bauch und biss ihm überdies noch ins Ohr. Von diesem Kindlein scheint mir, können wir alle noch eine Menge lernen.